Bei einem Schuppenbrand in Westerburg am Dienstagvormittag wurde Gott sei Dank kein Mensch verletzt. Eine Anwohnerin entdeckte die Flammen rechtzeitig und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Der Schuppen, in dem Kaminholz, Reifen und Werkzeuge gelagert wurden, brannte vollständig aus. Die Höhe des Schadens ist bis jetzt noch unbekannt. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.